1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh ne! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Ich weiß nicht nur Tino, sondern ich habe ihn gerade bekommen. Halli, halli und herzlich willkommen zurück zu... Let's play together Tira, oh ja! In der nächsten aufregenden... Ich verstehe es immer noch nicht, YouTuber. Was? Ich habe die Teile jetzt ausgerüstet. Boah, hafi. Ausrüsten, warte. Was ist denn so? Bei Sohn-Schule oder bei Ausrüsten? Es gibt nur einen Platz, wo du es reinmachen kannst. Das kann man in zwei Plätze reinmachen. Wie auch noch? Du packst in ganz rechts. Ja, 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 ausrüsten. Ganz rechts musst du es machen. Jetzt geht es sogar. Jetzt geht es. Das ist echt cool. Ja, gib die. Boah, YouTuber, das ist mega cool. Ja, gib die. Boah, ist das cool. Ja, okay. Ja, das ist echt cool. Was ist das? Okay. Okay. Äh, ich gehe wieder in die Hülle zurück, wo ich war. Okay. Ryanair fühlt sich immer noch einsam übrigens. Ja. Warum steht Vanikin auf der Toilette? Soll er sie? Ich mag's doch. Das ist der Bewacher vom Klo. Lass den. Warn, hier kommt ja mal Viecher ins Haus. Und ich ist ein Uncool. Jetzt kommt der Grundriss von meinem Haus. Ihr werdet überrascht sein, was am Ende steht. Ja, der hat so ein eigenes Haus. Ja. Was mit unserem Haus verbunden ist. Okay. So, irgendwann, aber später werden wir alles mit Holz auskleiden. Sag ich dir jetzt schon, Leute. Ja. Da wäre ich auch für, ehrlich gesagt. So, ich gehe jetzt auf eine große Reise. Ich bin jetzt zehn Jahre alt. Ich hole mir jetzt ein Pokémon und hole. Ja. Bösewichte bekämpfen. Find ich gut. Bösewichte. Lalalalalalalala. Gott. Geil. Ja. Mach ich das. Ist ja wie, ist ja wie Pokémon. Und Minecraft. Pokémon. Pokémon. Komm schnapp sie dir. Genau Tino. Genau so. Ich hab den Decks grad nicht im Kopf. Wollte irgendwas singen. Egal was du auch tust. Was kommt man. Sterb. 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 Oh Gott. Oh Gott. Tod. Ach stimmt. Unten liegt doch noch mein Geld rum. Glaube ich. Soll ich vielleicht mal wiederholen. Wenn jemand Geld haben will, muss er in die Höhle runter. Ne. Ach mann. Finde ich jetzt ein bisschen gemein ehrlich gesagt von den Viechern. Er hat einfach so ein eigenes Haus ey. Ja. Ich baue jetzt mein eigenes Haus. Ich hab mich mal am Arsch schrecken. Ich will ausziehen. Ich hab schon 18. Ich hab schon 18. Komm mal. Komm mal. Ich hab schon die ersten Folge gefunden. Nein. Ach du nicht. Aber ich benutzt das nicht weil's scheiße ist. Lass mich. Ach. Boah. Hoch. Ach. Alter. Jetzt hab ich hier die Karte gehört. Wie geht die aus? Ich hab irgendwas gedrückt. Hilfe. Ich baue uns grad eins. Alles klar. Alles klar. Geil Gino. Geil Gino. Geil. Danke für diese unfassbaren Informationen. Ja. Ja. Ich hole Samen. Will jemand haben? Ja. Hab ich einen. Mach's einfach einen. Finde ich gut. Boah. Hohensohn. Nicht du Hohensohn. Lalalala. Hase. Ein einziger Widerspruch in sich einfach. Nene. Nene. Ich kann der Hohensohn liebevoll und dich liebevoll machen. Ja. Also sagst du dann mal auch Hohensohn. Ja. Wer tut das nicht? Wer macht das denn nicht? So. Pokémon. Schwerpunkt. Ich werd jetzt echt gehalten. Das wär die Höhle. Die Höhle. So. Ja. Das macht mir ja gerade so schönes. Ein Hausbau. Der baut sich einfach ein Haus. Ich muss sagen, dass das Raffi noch um eins versetzt werden muss. Ja. Mach ich später. Ne. Mach ich jetzt. Na gut. Die Fs muss man ja nicht so. Doch. 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 Nein. Scheiße. Ich habe versagt. Kann es sein, dass die Folge schon wieder vorbei ist? Ich hab doch schon die nächste angefangen. Ich hab doch schon die nächste angefangen. Ich glaub der hat's nicht mitgekriegt. Du hast es. Doch. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass wir noch einen neuen machen wollten. Das ist doch jetzt sie. Das ist die. Das kommt mir vor der Punkt zu. Der pünkt sich mal. Das kommt mir vor als wäre es gestern gewesen. Ja. Ne. Ne. Bitte. Hör einfach auf. Hat das voll geil gewer... Der ist voll geil geworden Raffi. Guck mal hier. Ja. Ja. Ich sehs. Nicht. Ah. Prinzessin. Sie weiß schon. Ha. Ja. Wenn du die Apps nicht richtig gesetzt hast, dann ja. Wie hier einfach überall Grabstände von Raffi rumliegen. Umweltschmutzung. Wie oft ich gestorben bin ey. Hat noch jemand Sand? Ich brauch noch ein paar Glas. Hey. Ja, ja. Ich wollte dir was mitnehmen. Ich hab ja vorhin... Ich hab ja vorhin gefragt, ob wir jemand Sand. Ja. Ich hab dir gesagt ja. Achso. Ich hab ein bisschen was dabei glaube ich. Lass ja später mitbringen. Ich weiß grad nicht wo ich's hab. Du kannst mal bei mir unten da im alten Haus gucken. In der Höhle da unten. Oh. Oh. Zwei Tränke. 20 Silbermünzen. Strahlentrank. Verströmt eine Aura aus Licht. Ach alter geil. Schuriken. Die hab ich hier. Ich bin unterwegs überhaupt. Und noch ein Blasrohr. Mhm. Oh. Ich mag Blasrohr. Auf den Knopf. Blasrohr. Blasrohr. Bäh. Uh. Was war das? Hallo? 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 Ich dachte ihr seid weg. Nein. Seht immer noch so an. Ach Gott sei Dank. Voll nett. Seh ich ihn wieder nicht. Ich bin voll viel Heiltränke und Holz. Weil das ist richtig cool. Bro. Du bist leise. Schnur. Hä? Warte. Sau Leute. Ich muss da kurz sein Bildschirm ran. Schnür. Schnürsenkelklappe. Das klingt schon richtig langweilig. Ah jetzt muss ich hier außen rum gehen. Ach warte hier kann ich glaube ich. Ganz optimal. Oh hier Sand. Hier Sand. Hier Sand. Wow. Das war richtig viel. Der Sand einfach mal die gleiche Physik hat wie in Minecraft. Nur besser. Nur besser. Nur besser. Ist ja besser als Minecraft. Schürber du musst mal ein bisschen lauter sprechen. Boah. Alter Schwede. Was ich ja auch noch sagen wollte nach. Wenn wir eben diese Fleischwand da besiegt haben. Dann geht das Spiel. Das ist richtig los ne. Ich weiß. Danach. Ja danach. Ja eigentlich schon. Schürber. Schürber ich habe jetzt 60 Sand. Äh Quatsch. Tino. Ich habe jetzt 60 Sand dabei. Das ist schön. Ja danach. Ja. Generell halt. Wenn ihr Sand wollt. Da kommt 180 Glas raus. Echt? Das ist nice. Äh eigentlich nicht. Schürb ich mal. Scherz. In einer mathematischen Gleichung. Ich würde mich gerade. Oh Gott. Ich würde mich gerade echt selber an dem runterfallenden Sand. Hoffentlich. So. Da haben wir unser Häuschen hier fast ready. Vor. Vor Beziehung. Ist schon bereit für eine Beziehung. Graf ich habe deine Hinterlassenschaften gefunden. Ist jetzt aber gut hier. Meine Fresse. Mit dem Testament. Ne. Ich meine die scheiße von dir. Naja. Mit dem Testament war auch dabei. Ja. War drin gesteckt. Geil. Ja 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 ja. Ich hätte doch hier irgendwas. Ist ja fast tot aber. Was tut er da eigentlich? Ja. So. Ja. Schon doch wunder wo du überhaupt die ganzen Kisten finden musst. Was. Ich finde hier in der Luft einfach. Ja. Ich weiß. Oh das ist richtig geil wenn wir jetzt fliegen können Leute. Und wer ist denn das jetzt bitte die. Ne. Die Schleime können einfach was Wasser hüpfen weg mit den. Cheater Hackern. Aber ist egal Leute. Ich weiß gerade passiert eigentlich nicht so viel aber wir finden ja ziemlich viel Zeug was wir später noch gebrauchen können gegen die Bosse. Wir wollen jetzt erstmal unser richtig unnützes Haus aufbauen. Ja. Ist richtig geil. Alter was ist denn? Ihhh. Das war ne Schlecker. Wir wohnen ja die ganze Natur aus. Ja. Um das Haus zu bauen. Ist gar kein Problem. Ja. Ist gar kein Problem. Ja. King's. 4D King's. So. Da geht sie doch immer noch weiter oder? Was? Ich habe hier wieder so ne mega köhle. Köhle. Höle gefunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh ne Gehkraft Zum Glück habe ich mir das abgewöhnt Das ist richtig eklig 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ja, no Erdäpfel Ich hätte erst gar nen Erdapfel Erdapfel wäre jetzt geil Ja, ein Erdapfel wäre jetzt schon geil So ein Erdapfel Ah, nein, nicht um Na komm Ein Erdapfel wäre jetzt schon geil, habe ich dich richtig verstanden? Ja What the fuck Ja Au Meine fucking Kartoffel Das sind so ein Fisch Ach so, da steckt die blöde Fackel im Weg Ah Ach, das erklärt einiges Die blöden Fackeln muss man auch irgendwann mal setzen Jetzt komme ich gleich zurück, weil die Folge immer zu er... Egal Gut, ich glaube das Holz reicht jetzt erstmal von 277 Das habe ich hier gebaut Oh, wo? Was? Oh, ich spunt einfach wieder in seinem neumodischen Haus hier Ja Oh, Luft! Luft! Ich habe es etwas symmetrischer gebaut Ich gebe es zu Ach, ach jetzt auf einmal Ja? Ach hier als Maul Ach, ja Ja Man, das ist so eklig Die Zimmereinrichtung ist auch schon fast fertig, wie ihr hier seht Einfach jeder in eine Werkbank rein, dann kann er drauf schlafen, essen, kann man alles machen auf so einer Werkbank Uh, ich habe es geschafft Kann man damit sagen, nein und scheiße, so einen Atomreaktor bauen 1, 2, 3 Ja 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 Einfach ja Ja Nee So Yay Okay, ich komme mal wieder zu euch, ne? Nö Das ist echt unnötig, dass ich wieder rausgebaut habe Oh, ist das hell Alter, was geht denn hier ab? Mann, mein Schiff ist sogar einfach in der Augen Der ist mal Augenkrebs Ja, kriege ich echt, ey Oh, ich bin wieder zurück in die Höhle Der war schön dunkel Ah Hier, die Tür kann man nicht öffnen, weil da eine Fackel dahinter ist Das ist echt super So Da Also wollt ihr jetzt noch eine Folge danach aufnehmen, oder nicht? Oder doch? Keine Ahnung, also mir ist egal Nee, mir ist das auch egal Ach, ne Ah, ne Wisst ihr, wenn das so ist, wenn euch das jetzt einfach scheißegal ist Ja Dann mache ich mich jetzt auf dem Weg Na Karo Digimon Trainer zu werden Also ähnlich Nicht Pokémon, Digimon Ne, Pokémon ist langweilig Digimon ist voll Ne, Pokémon ist voll Mainstream Ja Ja Degimon Im Ernst? Drei 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 Vier Im Ernst? Ah, warte ich muss erstmal meine Kiste äh Kannst du euch lernen? So, danke Drei 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 Ja verbahren rei gemacht egal ist das müsste man echt in der extra folge ach so ja wir werden jetzt übrigens mal die folge ne leute ja und dann fangen wir die nächste an ich will nicht mehr eine folge über dass ich noch eine sache legen kann ja gut also vielen dank fürs zusehen und dann noch ein herzliches tschüss und ja da 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 Bis zum nächsten Mal.